Hallo zusammen, ich bin Joel. Ich bin heute Tappenzelle und möchte herausfinden, was Tappenzelle und Tappenzellerinnen für Talente haben. Ich glaube, ich habe kein Dank. Ich bin ein bisschen untalentiert. Komm mal, jetzt geht es in keinen Sinn. Ich habe ein Talent. Hast du ein Auto hier, du kannst es separieren. Du bist hochfreit. Noch ein Talent. Was war das jetzt für ein Tier? Ein Frosch, ein kranker Frosch. Ich bin talentfrei. Ein 37 x 40. 37 x 40? Das sind 1480. Ich habe Kriterin. Ja, die Türgrösche kann ich machen. Poc, 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 poc. Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu es? Super. Danke vielmals. Poc, 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 poc. Ich kann nicht gut kreischt. Ja. Ja genau. Gut. Ein Zolan-Vorzeuge. Ah. Nein, du, da kann er nicht so kleines Vorzeuge. Alle meine Ändli schwimmen auf dem See. Ich kann mir den Ohren knallen. Willst du mal hören? Ja. Achtung, pass auf. Und parallel. Ich habe nicht wirklich ein besonderes Talent. Mein Lieblingstalent ist das Team mit dem Hund, der auf die Hinterbeine so herzlich gestanden ist. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Tschau zusammen, bis zum nächsten Mal.